Alkohol am Steuer oder notorische Temposünden. Der Führerschein kann aus verschiedenen Gründen entzogen werden. Um ihn wiederzubekommen, absolvieren jährlich hunderte Fahrer aus der Region Trier eine medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz MPU. Eine Begutachtungsstelle für Fahreignung betreibt der TÜV Rheinland am Trierer Hauptbahnhof. Dort können sich Betroffene über die MPU informieren und beraten lassen. Zum medizinischen Teil der Untersuchung gehören Blutproben, bei Drogenauffälligkeiten auch Urinproben oder Haaranalysen. Am Computer müssen die Teilnehmer ausreichende Fähigkeit zur Reaktion, Konzentration und Orientierung nachweisen, wie Diplom-Psychologin Monika Eschmann hier demonstriert. Über eine Tastatur muss möglichst schnell eingegeben werden, in welche Richtung die Pfeile auf dem Bildschirm zeigen. Bei einem ausführlichen Gespräch soll der Teilnehmer erklären, warum und wie er sein Verhalten im Straßenverkehr bzw. seine Trinkgewohnheiten ändern wird. Wenn ein Kunde zu uns zur Begutachtungsstelle kommt, sollte er sich vor allen Dingen gut vorbereiten. Es ist also keine Hexerei zu bestehen. Er sollte aber vor allen Dingen wissen, wie viel er konsumiert hat, warum er konsumiert hat und welche Veränderungen er daraufhin eingeleitet hat. Dann kann er auch zu einer positiven MPU gelangen. Ein positives Gutachten bedeutet grünes Licht für die Rückgabe der Fahrerlaubnis. Erlaubnis.